Was sind wir jetzt? Wir sind doch nicht schlimm, weil wir meine Waffen mit dir verloren Ach, da hat noch einer! Ach so! Kommst du auch mal in den Spacken! Hey, ich freu euch! Glaub ich Hatte dir den Trick? Äh, bin ich am Fatschen oder? Ich bin am Fatschen oder? Ich bin am Fatschen oder? So, warte, nicht hier geht's! Hier wird hier! Ja, warte, ich komm! Fatschen, komm! Stop! Ja, komm, ich war ihm weg, jetzt ist er weit diskutiert Du, ich halte dich jetzt nicht dabei, was? Haha, du, ich halte mich jetzt nicht! Ja, hallo! Warte mal! Warte mal fertig jetzt hier oder wird's heute nicht mehr? Ja, hä? Ach, das ist nicht gut! Ach so, ja, danke, dass du mir das nochmal sagst, du fette Sau, Alter! Ja, das ist aber nicht gut, wenn du stirbst! Oh nein! Oh nein! Was denn? Ja, durch den schließt mich hier jemand! Ach, der ist ja tot! Ach, der ist ja tot, oder was? Ach, der ist ja tot, oder was? Ja! Oder heute noch? Ja, oder ich auch noch, ich wieder... Ja, komm mal! Nein! Geh weg! Er mag... Er will nur spielen! Ich will aber nicht spielen! Okay, es ist ja lustig aus, wenn ich ja... Hör doch bitte weg zu versperren, ihr Feigen-Wixer! Uuuuuhhhhhh... Hör doch, das ist ja... Alter, steh ich! Ich bin nicht Ziele, danke! Jetzt führen die Blutes... ... mit meinem Segen unsere Flotten an! Sie bitten um eure Treue! Gebt sie ihnen! Pass auf! Schwert, meiner... Oh, da hände ich schon wieder so einer. Nein! Ich gewonnen hier. Nach dir war der Bastard. Geh weg, du fette Sau. Euch Affen könnt' dich auch einhändigen. Ja, dann macht das doch. Dann macht die Affen noch einhändigen nicht weg, wenn du so geil bist. Jetzt ihnen, solange sie im Nachteil sind. Schnapp sie! Fast. Oh. Also der Blut-Blut-Plasma-Gewährend. Geil. Akimbo und... Fertig. Dinger, ich komm hier nicht mehr alt. Ah, 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 ah. Ich hab keine Munition, wenn man da war, wenn man schwert, sonst hilft nicht. Oh Gott. Das sah aber schon niedlich aus. Hals, Maul. Ähm, müssen wir lang? Äh, hier lang? Oh, ich hab keine Ahnung. Oh, Gott, oh Gott. Äh, äh. Oh, die sind ja hingelaufen in den 2 Minuten, wo wir die mal kurz nicht gesehen haben. Ah, ja! Da schiebt man! Ja, da schiebt man von den Fresser. Wenn man frech hat. Oh, endlich wieder eine Waffe. Das gibt eine Anzeige. Ey, wer schießt hier? Da, da, da gab's ja... Oh, was ist das für einer? Was bist du für'n Chewbacca? Verpiss dich mal. Scheiß Wookie, Alter. Der hat auch diesen komischen Granatendefer gehabt. Oh, Jesus Christus. Der kann dir auch nicht mehr helfen. Ich brauche Ruhe beim Scheißen. Oh, ich bin abgestürzt. Musik. Zum Reißen braucht man Schuhe und zum Scheißen braucht man Ruhe. Mann. Ähm. Ja, wo geht's lang? Das ist ein blödes Arschloch. Mann, ich glaube ich hab was gefunden, aber... Nee. Doch. Doch, hier hin. Ne, hier ist ein Terminal. Na egal, nehm ich auch. Ah, ne Katze wieder. Nein, komm. Ja... Danke... Ähm. ... Hach. kr んと Während die meisten Spezies in den Covenant wurden durch die Hoffnung, oder mit Mutuellen Beneficienz, die Ungoye waren nicht so. Der Kind wurde in den Wald gebracht. Und es war mit der Kraft, dass sie in den Covenant gehalten wurden. Der Welt hatte keine Wurzeln gegen unsere Macht und Majestät. Und ihre Peoples wurde schnell gelegt. Viele von ihnen gebracht wurden in Subjugation. Doch während einige Spezies verletzten unter so viel Druck, andere kamen auf die occasionen, abzuhren, wenn sie sich nicht mehr, und wiederholfen. Such war es für die Ungoye, als ihre Feuze mit den Kigyar leden zu Rebellion. An effort von den Kigyar zu sterilisieren die Ungoye, die Ungoye verletzten, war mit starken Resistenz. Und für ein Zeitpunkt, die Holy City wurde in den Chaos gebrochen. die Ungoye verletzten, die Ungoye verletzten, die Ungoye verletzten, die Ungoye verletzten, die Ausgabe auf alle Spezies. Die Großartige Begriffe und die Volatilität die Ungoye verletzten, sogar für die Eliten. Und nochmals, wir verletzten, zu einem Arbiter. Und mit einer Ferocität unparallelten, seit dem Beginn des Coventes, die Ungoye verletzten, wird sich durch die Gläse verletzten. Die Ungoye verletzten, die in die Holy City verletzten, zu schauen, zu stoppen, was könnte der Ende der Kind sein. Die Ungoye verletzten, war eine Ende, bei der Arbiter's Hand. Their world was not completely lost, and those who survived within High Charity found some measure of mercy. They had proven their worth in combat, and would now serve alongside the Sangheili in battle. if they didn't end it, Yeah... armleucht прошientes hier.... os sog Du bist doch nicht der war alles, oder? Wurrt? Jetzt freu ich mich nämlich auch, ja. Denk gar nicht dran, die Olle von Sti. Kann nicht sein. Ah, das ist alles immer so verwirrend. Äh, ja. Weil jetzt hier finde ich ja schon komp- Äh, da rein? Ne, da geht der rein, ne? Äh, ich glaub nicht. Ne, der geht voll der Abgrund. Ja. Da finde ich abgrundtief scheiße. Äh, ja ich auch. Boah, der geht jetzt hier gar nicht mehr weiter, war das jetzt nur wegen dem Terminal. Da oben war noch ein so'n Spacken. Das ist ein Scheißnei-Pattrug, der hat sich erst mal abgeschossen. Hä? Aber er hat nämlich erst mal, dem ich voll hier. Wenn man sein Maul halten soll, der mal. Komm, ey, das wird ja nicht nur für das Terminal sein, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Du kannst ja mal da so und guck mal ganz kurz drinnen, ob da auch immer es ist. Ja, ist okay. Oh, der Prototyp, cool. Alles geht nicht, toll. Da sind wir wahrscheinlich gekommen, wa? Äh, ja. Ganz leichten Akkordierungen liegen wahrscheinlich. Aber, also, weit kann man nicht zurücklaufen. Und dann müsstest du doch mal. Ne, wir müssen, das ist ein musterrichtiger Weg gewesen, aber wo geht's dann schon wieder weiter? Und das ist schon wieder so dumm. Ne. Alter, wäre ein bisschen doof, wenn man nicht so gemeinsam gucken kann, so, ne, unterschiedlich hinplätzen. Dann spielen wir gar nicht, ne, das geht doch nicht. Boah, ich muss leider porten. Ah, das stimmt leider. Oh, gut. Äh, nicht. Hier ist aber auch. Was? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh mein Gott. Hier hinterher ist so ne Scheißtür. Oh, ist das dumm. Oh mein Gott, ist das dumm. Wow. Ich sag dazu mal lieber nichts. Oh. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Oh, nein. Oh, nein. gott energie genau Was ist hier alles los? Ja, sehr gut. Oh, nicht. Ah, bestimmt, oder? Ja. Geht die Scheiße hier noch, das ist ja unglaublich. Äh, ja, aber keine Ahnung, ich weiß gar nicht wo der hingeflogen ist. Na, das sind zu viele. Oh, hoppala. Oh. Oh, fällt mir was drunter hier. Äh, warte mal, wenn wir hier sicher stehen, können wir mal einen kleinen Moment Pause machen? Warte, ja, ja. Bist du dir grad nichts, ne? Äh, doch, jetzt kommt einer, einer kommt gerade. Okay. Oder will er nicht mehr? Jetzt will er glaube ich nicht mehr. Okay, gut. Ich müsste einmal ganz kurz, AFK, ganz kleinen Moment. Gut, bis gleich. Jo. So geht weiter. Da sind wir, ja, ich muss da einmal kurz weg. So. Äh, liegt hier irgendwas Gutes rum? Leichen. Das ist wirklich. Ja, das sehe ich tatsächlich. Ah, hier ist ein roter. Der ist schön. Dieser roter, dieser roter Plasmapistole ist ganz cool. Da ist so rote, rote Gewehre immer. Ja, 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 die sind, die sind ganz cool. Die holen so ein Tiestes schon wieder. Aller hinten ist so ein Arschluck. Hm? Und da. Oh, macht der Staden. Hilfe. Jetzt nicht mehr. Hm? Danke. Ist klar, aber der roter Plasmapistole. Hilfe, nein. Oh, der Schaden gemacht, ey, Junge. Riese, oh fuck. Nadelwerfer, ne? Ja. Ich hasse Nadelwerfer, die sind scheiße. Ach, Göttchen, ach, Göttchen. Nein. Geht jetzt hier weiter? Kann ich mal sagen, das hier sieht sehr bisschen original aus hier mit der Stadt da unten. Also, ja, im Neuen noch besser, aber auch so hat er schon was. Das ist ganz cool. Oh. Ja, es geht hier auch. Du scheiße, wir kommen direkt in die... Hallöchen. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder. Da sind wir ja nicht versammeln. Das Symbol ist sicher verlaufen zu sehen. Oh, oh. Waffnet euch Meute, Bruder. Schaltet die Eliten aus. Wenn wir behaupten, dieser Park würde nie kommen. Was sagen Sie heute? Oh, sorry. Der war tot. Sobald die Türme dir sicher sind, vertragen wir sie aus den unteren Bezügen. Wird das Arschloch. Ach. Das ist Gnade. Ne, Gnade muss man sich verdienen. Gnade ist ausverkauft. Ich zitiere mal den Ghost Rider. Gnade ist ausverkauft. Ja. Ich würde jetzt Richter sagen, wenn ihr ein Gnade war, ne, Gnade ist ausverkauft. Ja. Gut mir leid. Ist straffend. Oh. 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 Was? Oh. 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 Oh, was denn. Oh. Ach, schüssig. Oh. ich will nicht mit dir kommen ja hab ich mir gedacht blöder wichser die blöder wichser oh wisst auch nicht wann schloss ist ne die münchen fotzen ey so das wissen die wenigsten menschen außer wenn es spät ist das ist allerdings auch wahr ja ja wie ich finde jetzt die ganaten in die schuhe kleben können und dann ballerst du weg und man sieht das lustig aus aber es ist eigentlich ne ziemlich blödie ja es ist halt also du kannst halt nichts dagegen machen so richtig ne war das von hier gekommen? ich glaub wir sind von hier gekommen ne man darf nicht ne doch hier liegt ein toter ne ne hier liegt ein toter man kann sich einfach so den eigenen fahrt der verwüstung so ansehen weißt du weißt genau wo man schon gewesen ist aber das praktisch eigentlich dann müssen wir da ich auch nicht mehr so lieber nicht aus aber das ist nicht mein Problem ja das sieht besser aus hier liegt zumindest keiner und wir haben den checkpoint ist auch richtig hui ah ist ein bisschen besser hier waren wir noch nicht ich habe das orakel befragt und es bestätigt unsere sehnlichste Hoffnung die große Reise beginnt mit Halo mit Halo 2 oder? oder wie? ok man begreift ja nicht dass die Halos Waffen sind wir hier bitte kann ihnen jetzt auch nicht helfen wer wollte den kogniten misstrauen sagten wir jemals etwas voraus das nicht eingetroffen ist ja ständig au jetzt warte mal auf du blödes Arschloch au er mag dich das ist so niedlich alter, alter, hä? was war das denn gerade? hallo, hör mal auf, hör mal das sind so dumme und unfaire Gegner ich muss nicht runter oh leih, das hat mir gefallen ich brauch keine Muni so ein blöder Wichser das hat er davon das geschieht ihm so recht kommst du bitte? über dir steht du bist im Kampf ich weiß jetzt nicht ob ich ob er dich gekillt hat oder ob ja ja das war der oder ob ich den Rücken geballert hab keine ahnung